Oh Gott, okay, okay, ich falle runter, ich falle runter. Ihr könnt stoppen, ihr könnt stoppen. Willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Der Tag nach dem großen Tag. Ähm, wir haben gestern meiner Schwester ein Pferd geschenkt. Schaut euch das Video von gestern auf jeden Fall an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Heute wird meine Schwester das erste Mal mit diesem Pferd reiten, weil gestern hatte sie noch nicht mehr so viel Zeit. Vorher essen war aber noch Watt und Zählen und Grill ist natürlich auch mit am Start. Ist das etwa was Grünes auf dem Grill? Pasch, pasch, du kommst jetzt auf den Grill. Ich bin auch never auf den Grill. Kleiner Mann, natürlich kommst du nicht auf den Grill. Oh, du bist ein gutes Grill, Matthias. Ja, Leute, auf jeden Fall grillen wir gerade. Außerdem, meine Freunde, ist mal wieder richtig was Cooles passiert und zwar ist YouTuber wieder in der Zeitung. Mega nice, Leute, YouTuber wieder in der Zeitung und zwar YouTuber Gangs prügeln sich. Polizei beendet eine Massenschlägerei auf dem Alexanderplatz. YouTuber Gangs, Alter, nice, Mann, nice, Alter. Ich denke wahrscheinlich wieder alle Menschen, dass YouTuber nur komische Gangs sind, die sich gegeneinander schlagen. Warte, komm, ich mache eine Schlägerei gegen dich. Los, komm her. Los. YouTuber und Hund prügeln sich. Ich komme Leo. Hi. Hi. Lea, heute geht es zu deinem neuen Pferd und zwar konntest du sie ja gestern gar nicht mehr so richtig so begrüßen und alles. War ja alles hart auf hart. Deswegen würde ich sagen, kommt heute, Lea, das erste Mal, dass du das erste Mal drauf reitest jetzt hier. Ja, ich hoffe, es wird gut, aber ich denke schon. Ich setze mich wieder drauf. Was? Ja. Hast du noch wieder amat? Ich setze mich vielleicht auch drauf. Ich setze mich vielleicht wieder. Mal gucken, aber ich weiß es noch nicht. Du bist wohl da. Das wäre der Hammer. Okay, let's go. Mut, hör auf. Hi. So, Leute, wir sind am Stall angekommen. Und mein Arm läuft auch schon hier gerade. Ich freue mich total. Zu ihrem Pferdi-Berdi. Hallo, kleiner Mann. Hallo. Oh, was ein netter kleiner Mann, ne? Madame mit ihrem neuen Pferd. Sie hat es schon unter Kontrolle. Ja, Adquadio entspannt, der hier so lange am Strick läuft. Madame heißt jetzt am... Ich hab mich so erschocken. Ich hab mich so erschocken. Ich hab mich so erschocken. Madame, was tut das da? Mach doch gar nicht. Sie eskaliert sich gerade so, Madame. Sie eskaliert, Madame. Worin renn doch nicht bei ihm weg. Sie eskaliert, Madame. Madame, dein Pferd scheißt. Na. Hallo, Flash. Der heißt jetzt nur. Der heißt Flash. Guck mal, was ist das denn? Oh, ja, den würdest du gerne haben, ne? Lauf! Oh, sexy Ass, Alter. Warum zeigst du mir dein Ass so, he? Oh, yeah, yeah. Shake that booty. Was ist mit diesem Hund los, Alter? Leute, das ist der typische Hundeblick. Oh, mein Gott. Das ist der absolut typischste Hundeblick, den man haben kann. Oh, mein Gott. Ist das süß. Alter, er würde so gerne diese Möhre gerade haben, ne? Oh, das ist genauso wie Flash. Nur ruhig. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewettet. Aber du bist verrückt. So, Madame, dein Pferd ist jetzt hier auch schon eingeladen. Wo fahren wir jetzt hin? In Freithalle. Ich werde fast überrannt. Oh, mein Gott, Hilfe. Dein Pferd lässt den Schwanz raus, Madame. Wir sollen dich auf jeden Fall lassen, dass ein Junge ist. So, jetzt geht's los. Warum sind sie eigentlich so dick, he? Ich habe eine Schutzweste an. Haben Sie Angst, dass sie runterfallen von ihrem Pferd? Das weiß ich ja nie. Aha, aha, aha. Okay, Madame, der Moment der Momente. Du bist echt richtig aufgeregt, oder? Ja, ich habe Angst, dass er was macht. Oh, mein Gott, Madame, das erste Mal auf ihrem eigenen Pferd. Madame, jetzt du es ganz, ganz gut. Ich hoffe einfach, dass er ganz lieb ist. Eskaliert. So, kleiner Mann, wie wir es besprochen haben, runterwerfen. Feiner, kleiner Brudel. Oh, was geht los? Kann ich lieber vor der Festplatte? Kannst du dir bitte vor der Festplatte? Ich bin gerade echt nicht anspruchsbar. Oh, jetzt eskaliert es. Ich bin echt aufgeregt. Oh, mein Gott. Sollen wir den Lachen lospucken? Oh, Lea, das erste Mal auf ihrem eigenen Pferd. Wie geht's Ihnen? Gerade noch sehr gut. Noch? Boah, der hat gefurzt, ey. Boah, der hat gefurzt, Alter. Oh, es läuft alles wie nach Plan. Es verfolgt mich, Leute. Du, 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 du. Wo ist er? Ich werde mich auf das Pferd setzen, Madame. Ich werde mich auf das Pferd setzen, Madame. Okay. Das erste Mal auf einem Pferd. Soll ich die Leute erst noch wissen? Wo flummst du deinen Zug rein? Ach, Jocki. Und du gehst nicht an? Total beschissen. Juhu, Leute. Yay. Da ist mit der Reife-Profi. Kann ich mich hinstellen aus Pferd? Geht das? Nein. Muss doch ganz ehrlich sein. Da ist mein Elektroscanepot schneller, ne? Ich falle runter. Oh, Gott. Okay, ich falle runter. Ihr könnt stoppen. Ihr könnt stoppen. So, ich glaube, das war meine erste Reite-Experience. Brode, guck mal her. Ich hab's geschafft. Ich fand's sehr gut. Er hat's sehr lieb gemacht. War ich gut, Madame? Mhm. Ah, das war aber kein richtiges. Okay, Leute, ich glaube, das war genug Pferd für heute. Habt nach Hause. So, Leute, wieder zurück zu Hause. Und ich bin mega, mega, mega überwältigt gerade, Leute. Ich meine, unser Video hat einfach schon 300 f***te tausend Aufrufe. Brode, was sagst du dazu? Ja, was sagst du dazu? Treten wir von der Hey-Community bei. Hier passiert täglich so crazy shit. Leute, außerdem werden wir beide in Urlaub fahren. Und das wird eine mega geile Reise werden. Dann werden das andere Ende der Welt fahren. Und ein bisschen die Hey-Powder versprühen. Also, meine Freunde, wenn ihr auch ein Blitz sein wollt, geht auf heyshop.de. Seid so cool wie wir. Und ich würde sagen, das war's vom heutigen Vlog. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschuuu.